Hallo Auffahrt zum Restaurant Gadwin Ohne Park Serpentine 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 Auffahrt zu den Seen Der Trail nach dem Restaurant Gadwin Hier gibt es eine kurze Steilstrecke Der Trail nach dem Restaurant Gadwin Einmündung in die Turntaler Gipfelstraße Der Schaffsee Der Clamse Der Clamse Der Clamse Der Clamse Der Clamse Der Clamse Vielen Dank. Ich sinken der Turntaler Gipfel. Hinter dem Speichersee sieht man die Abfahrtsroute über die Bergstation des Sesselliftes Gardein. Der hinter einem Bergrücken versteckt gelegene Kuhsee. Die Abfahrt auf den Turntal in einem großen Bogen. Links ein Abkürzungs-Drill zum Turntaler Gipfel. Die Abfahrt auf den 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 Turntaler Gipfel. Auf den Turntaler Gipfel. Die Abfahrt auf den Turntaler Gipfel. Vorbei an der Bergstation des Sesselliftes Gardein. Gipfel. Die Abfahrt auf den Turntaler 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 Gipfel. Die Abfahrt auf den Surntaler Gipfel. Die Abfahrt auf den Untertitel. Die Abfahrt auf den Turntaler Gipfel. In der Folge ein schmaler Pfad, ca. S3 Stelle. Abfahrt über Restaurant Gart Wien zur Turntaler Rast. Abfahrtstraße Richtung Außerwildgraten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hain-Fels vor den Karnischen Alpen Gegenanstieg zum Parkplatz auf dem Siljanberg Untertitelung des ZDF, 2020